Als du mich ansaßt, mit einer Mischung aus Neugier und Ernst in deinen Augen, wusste ich, dass dir eine Frage auf der Seele brannte. Was bedeutet dir dein Glaube? fragtest du. Und in deiner Stimme lag echtes Interesse. Ich lächelte, dankbar für die Gelegenheit, mein Herz zu teilen. Mein Glaube, begann ich, ist das Fundament meines Lebens. Er gibt mir Richtung und Hoffnung in einer Welt voller Unsicherheit. Ich glaube an einen Gott, der mich liebt, trotz meiner Fehler und Schwächen. Er ist nicht nur mein Schöpfer, sondern auch mein ständiger Begleiter. Und dann hast du nachgehakt und weiter gefragt, aber wie wirkt sich das auf dein tägliches Leben aus? Mein Glaube beeinflusst alles, antwortete ich. Er formt, wie ich mit anderen umgehe, wie ich Herausforderungen begegne und wie ich Entscheidungen treffe. Ich versuche, Jesus Christus in meinem Alltag nachzufolgen. Was bedeutet, mit Liebe, Geduld und Mitgefühl zu handeln. Doch du wolltest noch wissen, und was ist mit den schwierigen Zeiten? Gerade in den schwierigen Zeiten, sage ich, finde ich Trost und Stärke in meinem Glauben. Ich bete, lese die Bibel und vertraue darauf, dass Gott einen Plan für mein Leben hat. Es ist nicht immer einfach, aber mein Glaube gibt mir die Kraft, durchzuhalten. In der Stille, die folgte, hoffte ich, dass meine Worte dir einen Einblick in die Tiefe und Bedeutung meines Glaubens geben konnten. – Das war die Vergnügen. Untertitelung des ZDF, 2020